Der Nikolaus Nun, die Wichtel sind in Sorge, denn Päckchen und Pakete müssen raus. Der Vorstand dort im Himmel überlegt sich, wen heuern wir denn stundenweise an? Wer kann den Schlitten dann auch sicher steuern? Dann sagt ein Wichtel, ich weiß, wer das kann. Frau Nikolaus, die macht das gut, die hat Erfahrung und weiß, was sie tut. Frau Nikolaus sprechen wir heut an, die macht das sicher mal für ihren Mann. Mit rotem Rock und Wichtelmädchen fährt sie dann rasch in jedes Städtchen. Bei Schnee und Eis, bei Tag und Nacht hat sie das sicher für uns dann toll gemacht. Der Nikolaus sitzt rum und lässt sich pflegen, die Wichtel bringen heißen Salbei-Tee. Der Vorstand sagt, macht euch keine Sorgen, es klappt wie immer, auch bei Eis und Schnee. Frau Nikolaus, die macht das gut, die hat Erfahrung und weiß, was sie tut. Frau Nikolaus sprechen wir heut an, die macht das sicher mal für ihren Mann. Mit rotem Rock und Wichtelmädchen fährt sie dann rasch in jedes Städtchen. Bei Schnee und Eis, bei Tag und Nacht hat sie das sicher für uns dann toll gemacht. Bei Schnee und Eis, bei Tag und Nacht hat sie das sicher für uns dann toll gemacht.